Leute, wasser Leute, hier ist wieder Draglinis mit einer weiteren Stream-Ankündigung. Mit Kingdom Hearts 3, der japanischen Version, geht es auf Twitch weiter, heute ab 18.30 Uhr tatsächlich. Der Stream ist wieder Open End, der Link in der Videobeschreibung und wie immer ist angehalten, massive Spoiler. Ich scheine mich dem Endgame von Kingdom Hearts 3 zu nähern, also zu sauen, zu sauen vor allen Dingen. Ja, zu sehen kann einen die Erfahrung des Spiels versauen, wenn man es selbst spielt. Also Vorsicht, am besten nicht kommen, wenn man sich nicht sicher ist, ob es richtig wäre. Vielen Dank dann und man sieht sich dann demnächst zur Kingdom Hearts komplett. Bye bye!